Guten Abend, liebe Stopp! Ja, meine Damen und Herren, so kann es einen heute gehen. Und es ist daher vom Vorteil, wenn man sich ein bisschen mit Selbstschutz auseinandergesetzt hat. Das ist unser Thema für heute und ich heiße Sie damit recht herzlich willkommen. Noch einmal ein herzliches guten Abend und ich möchte jetzt auch meine Partner an dieser Sendung vorstellen. Neben mir ist der Mick, der Ausbildner ist und sich mit Selbstschutz sehr gut auskennt. Ebenfalls sein Partner, der Thomas und der Stefan an meiner anderen Seite. Wir gestalten heute miteinander diese Sendung, von der ich glaube, dass sie enorm wichtig ist, dass jeder ein paar Grundregeln von uns beherrscht, dass es sich in Krisensituationen zurechtfindet. Ich stelle einmal meine erste Frage, reicht da dazu ein Stopp? Für das erste Mal guten Abend. Und ja, dieses Stopp ist sehr hilfreich. Es ist einmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich spreche meinen Gegner, der auf mich zukommt, einfach einmal an, mit einer lauten Stimme und sage Stopp. Das nimmt oft wirklich schon die Dynamik aus dieser Situation heraus. Er ist vielleicht monatlich irritiert und setzt seinen Angriff vielleicht nicht weiter fort. Ich sage jetzt vielleicht, weil er natürlich eine hundertprozentige Chance gibt. Wenn er Aggression im Spiel ist, natürlich wird er weitergehen. Aber ich habe schon einmal wertvolle Zeit gewonnen, um mir vielleicht schon im Kopf eine Strategie zurechtzulegen. Thomas, was kommt nach dem Stopp? Naja, das richtige Weiterverhalten, wir verhalten mich weiter, hat eben der Stopp gereicht. Oder muss ich zu einer Gegenwehr ansetzen, indem ich ihn eventuell wegdrücke, über die Nase, dass er ihm die Nase und Kopf nach hinten drückt. Das ist auch sehr wirksam, dass er eben dann wieder durchgeht. Und es fängt aber schon viel früher an, dass man sich richtig verhaltet. Da gibt es eine wahre Geschichte. Viele werden dann gleich sagen, nein, das hätten wir so nicht machen sollen, das ist verkehrt gewesen. Lass uns mit der Geschichte noch ein bisschen warten, damit wir zuerst ein paar Grundlagen machen. Ich gehe dabei als Stefan. Stefan, du bist halt als Azubi. Ja. Ja, also so als Trainingspartner für alle jene, die sich mehr mit Selbstschutz befassen wollen. Gehen wir mal zu den Grundlagen. Was sind Grundlagen des Selbstschutz im Vergleich zur Selbstverteidigung? Gibt es da einen Unterschied? Es gibt durchaus einen Unterschied. Selbstschutz ist halt, das ist was Passives. Selbstschutz passiert halt in meinem Kopf. Das heißt, ich muss mich sensibilisieren oder ich kann mich sensibilisieren auf gewisse Situationen und von vornherein zu sagen, muss ich mich jetzt in diese Situation begeben? Ja, wenn ich die Wahl habe, ich kann ja die Wahl haben in gewissen Situationen, beziehungsweise was mache ich in der Situation, was kann ich machen in der Situation, dass ich da wieder heil hinauskomme. Der Selbstschutz ist eigentlich die erste Stufe der Selbstverteidigung. Der Selbstschutz sagt, okay, ich schaue, dass ich nicht in die Situation komme. Komme ich in die Situation? Habe ich einen Gegner? Habe ich eine bedrohliche Situation? Dann komme ich erst in die Selbstverteidigung. Das heißt, zuerst kommt der Kopf und dann kommen die Fäuste oder die Beine, je nachdem. Das ist einmal das Wichtige. Selbstschutz ist passiv. Das heißt, ich muss mich mit gewissen, und das ist eben die Geschichte, ich kann den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen, den ersten Schritt, oder in die falsche. Und das Ergebnis ist ja komplett anderes. Aber Selbstschutz heißt, ich muss mich vorher schon damit auseinandersetzen. So ist es, ja. Weil wenn ich in der Krise oder in der Bedrohung bin, wird mir garantiert nichts einfallen. So ist es. Ja? So ist es, ja. Das ist ja wie bei jedem, ich sage einmal, nehmen wir jetzt den Extremfall eines Sondereinsatzkommandos her, der sagt, die trainiert den ganzen Tag, die werden konditioniert eben genau, um in Extremsituationen dann richtig automatisch, ohne dass er viel nachdenken muss, zu reagieren. Wir sind kein Sondereinsatzkommando, wir sind ganz normale Menschen, aber trotzdem, man kann nicht jede Situation irgendwie nachspielen, aber man kann Standardsituationen finden, wo man sagt, okay, die habe ich schon mal gesehen und somit bleiben Sie mal im Gedächtnis. Wir sind doch ein Sondereinsatzkommando heute von OpenStudio in FS1, weil ich mir sicher bin, dass sehr viele unserer Zuseherinnen und Zuseher sich wahrscheinlich noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben mit dem Thema oder schon daran gedacht haben, es war nicht schlecht. Außer dieser Geschichte, was gibt es für eine Geschichte dazu? Ja, das ist eine wahre Begebenheit, also nichts, was aus der Luft gegriffen ist oder was man sich ausgedacht hat. Ich sage jetzt einmal eine Bekannte, die war in Wien, hat sich gedacht, sie geht noch fort, geht noch in die Innenstadt, was trinken, ist dann doch später geworden und hat sich gedacht, nein, mit der U-Bahn, das Bauchgefühl sagt, nein, das hat doch nicht so, wenn ich da jetzt einsteige in die U-Bahn, ich fahre mit der Straßenbahn. Es hat gerade auf die Straßenbahn, ist nur eine alte Straßenbahn gewesen, wo zwei Wacken gewesen sind, einmal der Schaffner Teil und einmal der hintere Teil, ist in den hinteren Teil eingestiegen, hat da schon ein paar Männer gesehen, die, weiß ich nicht, ganz koschen vorgekommen sind und hat sich gedacht, ich sehe eh sie nicht, ich sehe mich auch nicht. Hat ihr Handy rausgefasst, hat damals ein neues iPhone 6, hat sich gespürt, hat geschaut und hat aber nicht mitgekriegt, was rundum abläuft. Eine Station ist gerade gegangen, zwei Stationen ist gerade gegangen, bei der dritten hätte es vielleicht auch stehen sollen, bei der vierten, die Herren waren weg, ebenso ihre Brieftaschen und das Handy und die Handtaschen. War natürlich dann komplett aufgelöst und dann ist sie angegangen, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich mich schon einmal schützen können. Schauen wir mal umgeklärt, wie ist denn das überhaupt passiert. Ich habe das, das heißt, vor einer Halterstöße beraubt worden oder zwischendrin kamen. Zwischendrin. Hat sich nicht zur Wehr setzen können oder wollen und hat… Entschuldigung, weil es einfach so schnell gegangen ist. Dadurch, dass sie ins Handy geschaut hat, hat sie eben rundum nicht mitgekriegt, was abgelaufen ist und die haben eben flinke Füße gehabt und sind bis heute noch nicht gefasst worden. Das ist eine absolute Profiaktion gewesen. Wie gesagt, von einer, von ihr natürlich nicht. Das heißt, sie haben genau da zugeschlagen, wo es einem idealsten war, zwischen zwei Stationen. Sie hat, wie wir gerne sagen, die Vogel-Strauß-Taktik angewandt. Wir wissen, Kopf in den Sand stecken, wie er richtig gesagt hat. Sehen sie mich nicht, sehe ich sie nicht, sehen sie mich nicht. Und heute ist natürlich das Handy ein super Instrument für sowas. Und das ist aber falsch. Das heißt, wir nennen es Gefahrenradar. Das heißt, wir haben unsere Sinne ausgeschalten. Wir haben nicht gesehen, wir haben nicht gehört. Und das ist das Wichtigste. Wenn ich schon das Bauchfühl habe, taugt mir nicht, dann soll ich auf das hören. Und umso wichtig ist, dass ich meine Sinne benutze und nicht die Sinne binde auf ein Handy. Ein Handy ist eine super Geschichte. Da kommen wir dann auch noch drauf hin. Aber nicht in solchen Situationen. Aber was hätte sie denn anders machen können? Das ist die Frage an euch. Was hätte sie anders machen können? Wollen wir das jetzt analysieren? Wir sollten das jetzt rausfinden. Wir werden euch leiten. Also wir fangen an von der Situation, sie entscheidet gegen die U-Bau. Was ja schon richtig ist, taugt ihr nicht. Sie will nicht U-Bau fahren. Erstes richtiges Bauchgefühl. Die Zeit war fortgeschritten. Dann haben wir diese Straßenbahn mit zwei Waggonen, die voneinander getrennt sind. Okay, vorne hat er schon gesagt, da sitzt der Fahrer. Sie sitzt ganz hinten. Also wo ist der erste falsche Schritt schon mal? Ich war vorne eingestiegen, wenn ich mir unsicher war. Dann ist der Schaffner, der kann stehen bleiben, ich kann schreien, es hört mich mehr. Der hat einen Notrufknopf oder wie auch immer. Der Schaffner. Heutzutage sind die Busse und Straßenbahnen so ausgelegt, dass die einen Notrufknopf haben. Das geht sofort an die Polizei oder an die Leitstunde und das wird dann an die Polizei weitergeleitet, weil die wissen natürlich, wo der gerade unterwegs ist. Also erste Regel, schauen, dass ich nicht allein bin. In Sicherheit, ja. Generell, also nicht jetzt in der Krise, sondern ich schaue, wenn ich mich im U-Bus fahre, war bei uns, dass ich da jemanden so habe. Dass ich die Nähe suche. Im U-Bus oder in der Straßenbahn habe ich es leicht. Da ist der Fahrer, da sitze ich mich zu dem. Da kommt er noch hinzu. Wo sind wir räumlich getrennt? Die drei Herren sind im zweiten Waggon. Die sind ja eigentlich schon einmal weg. Das hätten wir mit diesem einen Schritt in die richtige Richtung, hätten wir vieles abhalten können. Was natürlich noch falsch gelaufen ist, er hat es eh schon so eigentlich schon prophezierend gesagt, das iPhone 6. Ja, ich würde da keine Werbung machen. Aber gerade dieses Telefon. Ein modernes, neues, reizvolles Telefon. Ja, wenn ich das aussuche, was mache ich? Werbung. Ja, ich mache nicht nur Werbung, sondern ich zeige ihnen, was ich alles habe. Genau. Weißt du, das verstehe. Ja. Daher habe ich ja kein iPhone. Ja, es ist ja wurscht. Jedes moderne Handy, völlig wurscht. Das ist natürlich jedes andere, nur ein Scherz. Ja. Gut, das heißt, sie verkriegt sich hinter den Händen. In vermeintlicher Sicherheit, wie sie glaubt. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist eben grundlegend falsch. Wie gesagt, sie hätte alles, vieles weghalten können, indem sie einfach sagt, ich steige in den ersten Waggon, sitze mich zum Fahrer. Wäre das jetzt anders, sie wäre trotzdem in den hinteren Waggon eingestiegen. Ja. Haben wir eh schon gesagt, was hätte ich nicht gemacht. Ja. Ich hätte das Handy nicht hergezeigt. Genau. Ich hätte nicht auf den Boden geschaut. Oder... Dann habe ich die Augen und die Ohren woanders, oder? Genau. Und wenn man dann unwohl ist, dann kann ich einfach bei der nächsten Station aussteigen, oder? Genau das ist es. Genau das ist es. Aber... Das ist ja auch eine Provokation, wenn ich mir die Leute anschaue. Nein, das ist... Entschuldigung. Es kommt immer darauf an, wie ich es anschaue. Ich kann hinschauen, wie ein Gaffer, dass ich sage, wer bist du mit meinem Gesichtsausdruck, oder ich schaue ihn an und sage, ich habe dich registriert, mehr oder weniger durch meinen Blick und setze mich dann einmal hin und halte ihn immer aus dem Augenwinkel in Beobachtung und schaue, was er tut. Oder immer ein Foto mit den Händen. Würde ich in der Situation glaube ich nicht machen. Also das ist dann wirklich provozierend. Also das lohnt dir fast neu zu schauen. Aber, ja klar, es hat ein Fall schon gegeben, wo ein Foto gemacht wurde und dann die Täter anhand dessen gefasst wurden, weil diese zwei Damen so fix waren mit dem Handy. Weil heute muss man ja einen einwandfrei identifizieren und mit so einem Foto geht es natürlich super. War nicht das Handy mit dem Foto dann weggegangen. Ja. Gut. Und jetzt, wie kommt das sozusagen zum Ernstfall? Also jetzt will ich mal sagen, ich fasse zusammen, hinschauen, wacher Blick, ja. Nicht unbedingt provozierend herzeigen, was ich habe. Aufpassen aufs Bauchgefühl, eventuell früher aussteigen, ja. Und vor allem die Grundregel, nicht allein in einem Waggon drin sein. So ist es. Ja. Ja. Okay. Wir wollen ja auch was für die Praxis tun. Ja, natürlich. Zudem sind wir ja auch da. Genau. Wir üben jetzt ein paar Dinge. Die Übungen sind so angelegt, dass Sie, liebe Zuseherinnen und Zusau, auch nachüben können. Ja, diese Sendung kommt erstens ins YouTube, sie kommt dann im Laufe des nächsten Monats längere Zeit im FS1, mittendrin meiner Sendung. Und Sie können auch sich die mehrmals anschauen, um Griffe oder Techniken weiter zu üben. Deswegen machen wir das. Und jetzt wollen wir einmal mit ein paar Grundlagen. Genau. Dann einmal das weg, Bühne frei. Gut. Mick, wo fangen wir an? Wir fangen an, also wir sind jetzt außerhalb von Selbstschutz, wir sind in einer Selbstverteidigungssituation. Das Wichtigste ist einmal, ich sage es auch immer ungern, weil es so einen Schiedsstorm auslöst hat, dieser eine Armlänge Abstand. Aber dieser eine Armlänge Abstand hat durchaus eine Berechtigung. Weil dieser eine Armlänge Abstand ist mein Komfortabstand. Das heißt, wenn ich jetzt zum Stefan Zubiger gebe und die Hand, wird er sich wohlfühlen. Wir haben den richtigen Abstand davon. In der Selbstverteidigung, auch im Kampfsport, ist es andermassen der Abstand, die Schlagdistanz passt, die Griffdistanz passt. Wie kriege ich jetzt den Abstand, dass ich stabil bin? Da haben wir die Schutzstellung. Und wie hat es zuerst schon geübt, Stefan, die Schutzstellung? Die Schutzstellung, wir gehen jetzt vom Rechtshänder aus, ich bin Rechtshänder, du bist Rechtshänder. Die Schutzstellung schaut so aus. Wenn ich Rechtshänder bin, ist mein linker Fuß vorne, meine linke Hand ist vorne und meine rechte etwas versetzt hinten. Das heißt, genau wie meine Beinstellung ist. Meine Beinstellung ist von einem halben Schritt geöffnet leicht nach hinten. Das heißt, so stehe ich sehr stabil. Wenn ich jetzt zum Stefan gehe, oder er kommt zu mir her und will mich schupfen, dann habe ich den Gurt an der Kontrolle. Da kann ich nachdrücken dagegen. Da ist mein Stoßdämpfer. Würde ich jetzt zu zu dir stehen, dann bin ich total instabil. Selbst mit meinen 105 Kilo. Gut. Also wir stehen da. So. Warum stehen wir nicht so da? Ist ganz klar. Das ist ein Zeichen der Aggression. Das heißt, ich schaue mir das jetzt an. Ich will den Kampf. Untrügliches Zeichen. Genauso würde es die Handkantenstellung sein. Ist auch ein Kampfzeichen. Ich stehe aber so da. Zeige die offene Hand. Genau so ist es. Ich zeige die offene Hand. Bedeutet, ich habe keine Waffen. Und natürlich auch dieses Stopp. Und wenn ich das natürlich jetzt verbinde und sage, und ich jetzt auch dem Stefan zugehe, mit einem grimmigen Gesicht und sage, stopp. Genau. Das heißt, er hat schon eine super Position. Ich habe mich gestoppt. Wenn er es jetzt so lauter sagt, was super wäre, und richtig schreien, umso besser ist, umso mehr Schockmoment habe. Stopp. Genau. Das heißt, er steht gut da. Würde ich jetzt auf ihn weitergehen, hat er alle Möglichkeiten, mich abzuwehren. Das heißt, vom Schupfen. Ja. Er kann mich schupfen. Er kann mich natürlich da her schlagen. Er kann mir einen Handballstoß da auf die Brust geben. Okay. Handballstoß. Genau. Den Handballstoß komme ich da noch hin. Gut. Da sind wir schon weiter. Aus der Schutzstellung. Warum stehe ich so da? Warum stehe ich nicht so da? Ich sage aber so, die Faust in der Selbstverteidigung ist nicht notwendig. Um heute die Faust richtig einsetzen zu können, sollte ich schon ein relativ gut gebildeter Faustkämpfer sein. Weil warum? Der richtige Schlag hat jeder Box gelernt. Das steife Gelenk. Das muss steif sein. Bei der Faust natürlich habe ich das Gelenk in die Richtung drehen. Das heißt, würde ich jetzt einen Schlag vor ich ansetzen, verletze ich mich selber. Ja. Außerdem, wenn man sich das jetzt anschaut, diese Fläche hier, ja, gegen diese Fläche, sagen wir, da haben wir ja 100%. Das sind 100% 50%. Deshalb der Handballstoß. Der Handballstoß wird einfach nach vorne ausgeführt. Die Trefferfläche ist da. Das heißt, ich habe automatisches steifes Gelenk, ja, und kann natürlich fast 100% der Kraft an den Mann bringen oder an die Frau. Gut. Das ist unsere erste Übung, das ist einmal diese Stop-Übung. Das wollte ich mich, die Kinder einmal wieder wirklich die Stimme benutzen. Ich meine jetzt der Gegner, ich gehe auf die zur, ja, und du sagst so früh als möglich Stopp. Je früher du das sagst, ja, und mich anschaust, umso ein bisschen weiß ich Bescheid. Okay, jetzt machen wir das. Stopp. Passt. Ich stehe jetzt. Ich gehe auf ihn weiter, ja. Er schlägt gleich zu, er macht das mit dem Übung genau richtig. Also, wir haben jetzt schon Techniken gesehen, das heißt, aus dem Stopp, außer, wenn jetzt der Thomas kurz zu mir kommt. Jetzt. Oder du. Machen wir mal, machen wir einen Wechsel. Ja. Ich würde das gerne. Bitte, macht es das. Eben. Er ist der Gegner, und du. Ich bin's. Kein Opfer. Ich bin's Zwergerl. Stopp. Genau. In dem Fall hat der Kurt die Kettenfaust gezeigt. Das ist eine Technik aus dem Wink schon. Ist auch sehr effektiv, gell? Die geht natürlich da auf den Körpermitte her, wo man wenig Muskeln hat, aufs Brustbein. Sehr empfindlich gegen so Schläge. Ganz ideal. Wenn euch die Technik wiedererfällt, wie gesagt, dann haben wir zuerst schon geübt. Das heißt, wir würden jetzt auf Kampfdistanz sein, da hast du gestoppt, gell? Ja. Dann haben wir schon gesagt, du gibst mir, kannst mir zuerst einmal so einen Stopschlag mit der linken, mit der vermeintlich schwächeren geben, wirklich so einen Stopschlag. Ich werde zurückgehen, würde das nicht reichen, und ich gehe wieder auf die los. Dann nehmen wir die stärkere, gell? Ich kann jetzt da herkommen, auf dem Rippenbogen, auf die Brust. Ah, halt Ballschuss. Genau, der Handballstoß. Oder im schlimmsten Fall, ja, kann sich natürlich da, der Öbpunkt kann da herkommen, oder diese Hand kann man natürlich da auf die Nase gehen. Ich muss jetzt nicht auf die Nase schlagen von vorn, ja. Ich kann das auch sanfter machen, ich schiebe die Nasen nach hinten. Ein irrsinnig unangenehmes Gefühl, das kann jeder da anzuhören. Man braucht da die flache Hand nehmen, einen roten Spitz, einen roten Zahn nach oben schieben. Dann wird man relativ schnell einen Schmerzreiz verspüren. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da eine Handball in Stoß kommt, wie das ist. Das gleiche ist, ich kann natürlich da, bei der Oberlippe, wenn ich ansitze, genau, unten beim Krabbel nach oben drücken. Das tut auch relativ schwer. Das sind aber alles Techniken, die jetzt den Gegner nicht gleich neutralisieren, oder nicht gleich verletzen. Das ist ja in der Selbstvertragung auch wichtig, wir sind nicht in einem Kampf, wo den Gegner kompostieren muss, ja, wo ich eben den Erdboden gleich mache. Sondern wir sind in einer Selbstverteidigung. Wir wollen aus der Situation raus, wir wollen uns befreien, ja. Und deshalb setzen die Techniken ein. Aber was tue ich dann nachher? Eigentlich heißt das, dass ich nur quasi das unterbrechen will. Genau. Und dann muss aber ich schauen, dass ich wegkomme. Das ist es. Die Selbstverteidigung spricht davon, wir wehren den Angriff ab, ja. In irgendeiner Form. Ja. Und dann setzen wir uns ab. Das heißt, wir suchen nicht den weiteren Kampf. Es sei denn, die Situation würde es so ergeben, ja. Aber ansonsten setzen wir uns ab. Das ist das Wichtigste. Das ist Selbstverteidigung. Alles Weitere, da sind wir schon in einem Kampf drin. In irgendeiner Form. Kampfsport. Und das ist nicht unser Anziehen. Unser Anziehen ist ganz einfach, wir wollen raus aus der Situation. Wir wollen Ruhe von dem haben und wollen weg. Das ist das, was du gemeint hast, wenn du gesagt hast, Selbstschutz und nicht Selbstverteidigung. Das heißt, ich schaue nur, dass ich mich quasi aus der Situation befreie und dann schaue ich aber, dass ich deeskaliere, oder? Ja, deeskalierend waren wir schon im Stop drin. Wie gesagt, wir haben eine Situation gehabt aus meinem beruflichen Index, wo dieses Stop, dieses richtige Anschreien und Zeigen, einen Gegner oder einen vermeintlichen Gegner schon abgeschlupft hat, der einfach dann nicht mehr gehalten hat. Das ist gar hundertprozentige Sicherheit, aber es ist, wie ich immer sage, der erste Schritt in die richtige Richtung. Es kann im Ganzen schon ganz viel Dynamik nehmen. Jetzt schlage ich feuer. Macht das noch einmal. Ja. Und dann machen wir eine kleine Pause zum Nachdenken. Ja. Okay. Ich bin der Angreifer. Okay. Du wärst mir ab. Aber lass uns... Thomas... Oh mein... Bitte. Weil du hast eh schon so geplant. Nein, ich hab schon ein paar Angreifer. Ich geh zu dem Angreifer. Stopp! Mach es einmal umgekehrt. Ich... Du greifst ihn an. Greif ihn an. Gut. Dann kriegen wir... Stopp! Nein, was... Okay. Jetzt kann ich nur wirklich anfangen. Vollgas geben. Das will ich ja gar nicht. Das Gefahrenmoment kommt mir ab. Ja. Scheint mir zu sein, damit da kein Zweifel aufkommt. Das muss man üben. Das ist es. Ja. Übung macht den Meister. Es ist in allem so, dass... Aber üben heißt für mich auch... Es macht einen riesen Unterschied, wenn ich sage... Stopp! Genau. Stopp! 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 Ja. Das in den Körper hinein kriegen und zu sagen, du hast ja was gemacht, was mir auffällt, aber noch nicht aufgefallen ist. Nämlich... Ich verändere meine Position. So ist es. Ja. Wenn ich sage Stopp! Ja. Stopp! Genau so ist es. Ja. Brauche ich aber eine Fußstellung. Ja. Das kommt bei mir ausprobieren. Wie... Wie denn dieser unterschiedliche... Wenn du so... So stehst. Okay. Ja. Instabil. Ja. Ja. So ist es. Okay. Und wenn du jetzt hin stößt, schau... Ja. Hänge ich noch einmal. Ja. Ich glaube, das demonstriert gut, dass natürlich habe ich keinen Stand, habe ich... Habe ich einfach keine Chance. Genau. Die Basis macht es aus. So. DS bitte üben. Kann man üben, indem man sich von Spiegel stellt und dann einmal sich in die Augen schaut und zwar ernst, nicht lachen. Richtig. Ja. Um zu sagen, ich muss ein Gesicht zusammenbringen, wo ich den anderen auch sage, du, ich meine das jetzt wirklich ernst. Ja. Ja. Und nicht sagen eigentlich... Entschuldigung, bitte. Ich konnte sie nicht netterweise stehen bleiben. Du. Wo man es schon hört, das sieht, das... Ich möchte das kurz ansprechen. Ich sehe es in meinem Beruf. Das du, das wird so weit verbreitet inzwischen. Jeder geht her und sagt, ich kann noch nicht einmal... Grüß dich. Grüß Gott. Und dann sagt, grüß Gott. So werden wir es ursprünglich einmal alle gelernt haben. Es macht doch auch ein anderes Bügel. Wenn du jetzt viel einsam in einer Veranstaltung... Man wird bedroht, wenn man jetzt schreit. Hören Sie auf, lassen Sie mich in Ruhe. Da werden Leute aufmerksam. Wenn man jetzt schreit. Lass mich in Ruhe, geh weg von mir. Dann ist das wieder etwas Persönliches. Da glauben die Leute, man kennt sie immer. Man ist ja aus einem näheren Umkreis. Ja genau. Und wir kennen uns Jahre, weil wir sind ja bei du. Genau. Das ist heute in Österreich so. Das Du ist so weit verbreitet. Das ist natürlich ein Vorteil für Sie, weil wenn ich heute auch Sie hier in Österreich dann noch leicht aufmerksam bin. Nein, es ist ja wirklich so. Und speziell Männer sind sowieso mit du sehr schnell da. Frauen vielleicht eher nicht so. Aber auch Frauen muss man sagen. Dieses Sie macht schon aufmerksam. Andere. Was hält Sie davon oder wie funktioniert das mit Hilfe schreien? Das sowieso. Wenn ich in einer Situation bin, das ist die Situation schon so. Ich meine, ich werde gleich Hilfe schreien. Aber wenn halt wirklich ich merke, ja jetzt geht es ans Eingemachte. Ja der greift schon her oder der trankt auf mich zu. Ja. Dann mache ich auf mich aufmerksam. Mit allem möglichen. Mit Hilfe schreien. Natürlich. Das Hilfe schreien hat immer seine Berechtigung. Ja. Auf mich aufmerksam machen. In jeglicher Form. Ja. Entschuldigung. Ja. Und so laut wie möglich. Ja jeder kennt das von daheim. Man sitzt im Garten und dann denkt man halt fix die Kinder vom Nachbarn. Die sind halt wieder laut. Und jetzt geh doch mal schauen was da los ist. Das kennt ja jeder. Und wenn man am Mauserl ist und man ist starr und man wird immer leiser. Dann hört dann keiner. Dann wird keiner aufmerksam. Und dann können keiner schauen was da jetzt wirklich los ist. Was passiert. Also wie gesagt so laut wie möglich. Ja. Auch das glaube ich muss man üben. Das muss man üben. Großer Erwachsener. Als Erwachsener ist man es nicht mehr gewohnt. Das habe ich beim Stefan gesehen. Das erste Stopp war sehr verhalten. Ja. Weil das Erwachsener ein bisschen schon gehemmt zu schreien. Und ich übe das in unsere Kurse. Üben wir das wirklich bewusst. Mit Erwachsenen. Bei den Kindern haben wir meistens kein Problem. Weil die sind im Vorauslauf. Aber bei Erwachsenen müssen wir es wirklich üben. Das ist wirklich Stopp zu schreien. Dass wirklich die Ohren ein bisschen klingeln. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Weil man ist einfach zu gehemmt als Erwachsener. So komisch wie das klingt. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Du meinst jetzt von der Akkris? Vom Potenzial sich zu verteidigen. Ich sage es aber scherzhaft zu. Der Mann, schon heim angesteuert, glaubt sowieso von sich meist. Er ist eine Kampfmaschine. Ja. Meist nicht alle. Aber es ist das Klischee. Also das ist eine Drogengeschäuerte. Eine Kampfmaschine. Da hingegen hat die Frau den Vorteil, dass sie beides ist. Ja. Sie ist erstens eine Kampfmaschine. Man darf eine Frau nicht unterschätzen im Kampf. Ja. Ganz und gar nicht. Und was noch dazu kommt. Eine Frau ist ein wandelndes Waffenarsenal. Ja. Also das. Meine Damen. Sie sind ein wandelndes Waffenarsenal. Ich habe übrigens auch bei Behoffnung zuerst gesehen. Oh, ich habe es nicht da. Diese Kappe, die ich aufhabe, ist tatsächlich eine Waffe. Ja. So ist es, ja. Ja. Ich habe das bei ihm gelernt. Ja. Und ich muss sagen, seit der Zeit geht es mir wirklich tatsächlich besser. Das ist eine sehr... Ich habe es jetzt auch wieder gespürt, wieder einmal mittlerweile. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe ihn geschont. Ja. Gott sei Dank. Weil wir heute heil aus der Sache rauskommen. Selbstschutz, ne? Ja. Eine Kappe ist ja ganz... Wie gesagt, man denkt oft gar nicht an das, was man alles mit hat, was eine Waffe sein kann. Also ein Gegenstand zur Abwehr. Ja, sagen wir es so. Zeitung? Zeitung, sehr bedingt. Ja, ich würde jetzt sagen, eine nase Salzburger Nachricht ist natürlich nicht das richtig. Auch wenn es zusammengerollt ist, weil es einfach nicht stabil ist. Aber ein Magazin ist natürlich super. Ja. Das rohe Zaunfest, das ist erstens, kann ich es zum Zuschlagen hernehmen und auch zum Stoßen, ja. Das macht relativ scharfe Enden, gell? Hände? Hände kann eine Waffe sein, ja. Die kann ich momentan, aber sage ich einmal, die muss ich relativ im oberen Bereich einsetzen, da im Kopfbereich. Weil überall da, wenn ich nicht genau die Mitten vom Schulterblatt rief oder mit dem Eck genau das Brustbein, wird es schwierig, gell? Und ja, es ist natürlich eine Waffe. Es ist ein hoher Gegenstand. Kann ich natürlich, nicht mit der flachen Seite, weil, ja, am liebsten auch schon, aber natürlich mit den Kanten einsetzen. Hochglanz-Magazin ist natürlich super, gell? Also, in jeglicher Hinsicht. Was waren es noch irgendwelche Alltagswaffen? Gibt ja viele. Also wie gesagt, fangen wir bei einem Kapper an. Das Kapperl hat er kurz zuerst zum Zuschlagen, er hat es einfach runtergezogen und hat es mir draufgehalten. Würde ich das Kapperl in die Hand nehmen, haben wir vorhin das Schild, ja. Das Schild kann man schön in die Hand nehmen, das macht eine schöne stabile Dinge. Allerdings, die kann ich auch zum Zuschlagen hernehmen, ja. Zum Abwehren, ja. Haben wir gesagt, Zeitungen haben wir gesagt, Schlüsselbänder, ich weiß, die sind nicht mehr so modern, aber, ich weiß nicht, wer ein Schlüsselband hat, genau. Schlüsselband? Der Schlüssel, der Schlüssel selber ist natürlich eins, und ich zeige es Ihnen relativ ungern, ja. Aber da ich weiß, dass ich schon viel propagiert wurde, den Schlüssel halt in der Tiefgarage, ich kenne viele Frauen, die kommen auf meinen Kurs und sagen, ha, mit dem Schlüssel weiß ich genau, was ich tue, den nehme ich mir so zwischen die Hände, ja, den tue ich raus und man kommt, dann schlage ich zu. Das ist natürlich eine massive Waffe, ja. Man kann es entschärfen, indem man sagt, na gut, die Schlüsselbänder, die es halt da gibt, das ist ja früher so modern geworden, ja. Die Firma hat sowas gehabt, die mache ich mir da auch nicht. Und sagen wir, der ist doppelt so groß, der Schlüssel, und ich schwinge diesen Schlüssel, ja. Gegen deinen Kopf oder gegen deine Extremitäten tut das weh. Ist keine so massive Waffe, ja. Empfehle ich auch immer wieder, das an so einem Schlüsselband, das ist wie der moderne Morgenstern, sage ich eben das. Natürlich eine Waffe. Malzwecker. Ist eine Waffe, man sagt. Ist natürlich sogar sehr, gerade dieses Deluxe, dieses Youngbook-Gerät, ist natürlich eine Waffe. Aber so, da sind wir schon, kann man schon sagen, dass Stichwaffe, ja. Die Verletzungen, die ich schon mit diesem zuführen kann, ist schon sehr grenzwertig. Also, ich bin persönlich immer für eher stumpfere Waffen, ja. Also Abwehrgegenstände, ja. Reden wir über Grenzwerte. Ja. Wo ist die Grenze bei dieser, bei dieser Geschichte zu ziehen? Wie schaut die Rechtslage, was, was, was sagt denn unser Gesetz? Wie darf ich denn, wie, wie weit darf ich gehen? Ja, Selbstschutz hört da spätestens auf, wenn der, wenn der Kontrahent am Boden liegt und rührt sich mehr oder weniger nicht mehr. Da ist ausgeschalten und ich sage, ich kann jetzt weg, gefahrlos, kann die Polizei verständigen. Kann sagen, ich habe da jetzt, ich wollte da überfallen oder was auch immer gerade gewesen ist. Kann ich es melden und werde in dem Zuge gleichzeitig direkt angeworfen. Was anders ist, wenn ich dann noch großartig nachgeschlagen oder sonst irgendwas, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich Krankenhaus reif, weil der hat es jetzt verdient, der wollte nur ans Leder. Da hört es dann auf und da, da sind wir dann schon bei einer schweren Körperverletzung. Genau. Also, sobald der, das Gesetz hat ganz, jetzt ganz grundlegend gesprochen, das Gesetz hat, sobald der Angriff abgewehrt ist, erfolgreich, ja, ist die Notwehrhandlung und für sich beendet. Alles, was darüber hinausgeht, wie ihr gesagt habt, die Extremsation, ich bringe meine Gegner durch einen Handballstoß, weil ihn halt richtig trifft zu Boden. Der liegt schon regungslos da und ich gehe einmal im schlimmsten Fall und drehe den nur ein paar, dann bin ich schon weit draußen. Es ist Notwehrüberschreitung von Feinsten, da brauchen wir gar nicht reden. Was ich vielleicht bitte ansprechen, der, was mir ein Anliegen ist, nicht nur die Notwehr, das heißt nicht nur der Angriff auf mich, mein Leben, meine körperliche Unversorgung, aber meine Sache, die ich auch verteidigen darf. Also, zum Beispiel, ist ja wichtig, dass ich sagen, was sei die Nothilfe. Die Nothilfe bedeutet, dass ich euch hilfe in einer Notsituation. Und es kommt leider immer mehr so um, für mich auch aus meiner Berufshaltung, dass die Zivilcourage, also die Nothilfe bringen mit dem in Einklang, genauso wie Hemmschwellen jetzt, wenn wir am Boden liegt, genauso sinkt. Das ist auch dieses Wegschauen. Ja, ich will nichts damit zu tun haben. Ich höre in die Kurse viel, ich höre mir auch viel, ja, ich tue da lieber nichts, weil dann bin ich da mit drin und dann, dann frag ich mich irgendwas und dann kriege ich zum Schluss auch noch eine Straf. Ich bin vor allem da schon viel früher an, in dem, weil ich mir jetzt selber nicht traue, weil ich einfach sage, traue mir nicht, das ist so ein Bär und der, der raubt mich umgespitzt den Boden. Ich gehe her und höre mir den zweiten und sage, komm, geh mit, da ist was, da passiert was, oder jeder hat ein Handy eingesteckt, was zu 99 Prozent so weit geladen ist, dass ich die Polizei rufen kann. Also, 1-3-3. So, was ist jetzt meine 1-4-4 will? 1-4-4. Das ist so eine Testfrage, ja. Da haben wir letztes Mal im Kinderkurs ganz, ganz einen simplen Trick gemerkt, wo man den Vierer bei 1-4-4 umtrat und denkt sich unten, das sind Radln drauf, dann ist so ein Mischstuhl. So merkt er, wie Kinder das haben. Wirklich? Ja. Oder heute wird der Zweierer nicht mehr mit der Schlaufe geschrieben, wie es wir alle gelernt haben, sondern Eckert. Ja. Aber da alle an die Johnnel-Kinder, wie wir es früher gelernt haben, mit einer Schlaufe, das erinnert an den Feuerwehrschlauch, also 1-2-2 ist die Feuerwehr. Ja, da haben wir 1-3-3 Polizei, 1-4-4 die Rettung, 1-2-2, was haben wir? Die Feuerwehr. Ja, ja, ja. Und dann gibt es noch die neue Nummer, oder? 1-1-2. Genau, der Euro-Notruf. Ganz eine geschickte Sache. Ja. Und zwar deshalb, ich habe es selber schon mal gebraucht, und zwar war auf der Weg mit meiner Frau und mit den Kindern nach München, also schon auf deutschem Gebiet, auf Höhe von Hochwald, das österreichische Netz hat eigentlich nicht mehr funktioniert, und habe dort mehrere Personen in Fahrtrichtung mitten auf der Autobahn spazieren gehen. Ja. So, jetzt weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich aus dem Bundesdienst komme, die Nummer von den Deutschen lädt, oder? Meine Frau hat allerdings gesagt, 1-1-2. Wählt 1-1-2, und schwuppdiwupp war es bei der Polizeiinspektion in Rosenheim. Das war die nächstgelegenen. Das ist der Euro-Notruf, mehr oder weniger bestimmt über das Handy, den Standort, verbindet dich zur nächstgelegenen Notrufzentrale. Das funktioniert in ganz Europa. Wie gesagt, Deutschland ist natürlich kein Problem mit Deutsch, aber auch mit Englisch kommt man ganz gut durch. 1-1-2, super Sache. Nur meine Frage war, ich habe da den Trick gelegt, also ich habe da eine Falle gelegt und gesagt, na, da ruft sich die Polizei mit 1-1-4, ne? Und dann haben ein paar, ja, genau, passt. Und die anderen haben gesagt, na, Moment, das ist die Rettung. Ja, was mache ich jetzt, wenn die Rettung dran hat? Kein Mittel mit in das Wetter. Genau. Auf keinen Fall auflegen. Man, jetzt habe ich mich verwöhlt. Das können genau die Sekunden sein, die in mir oder in einem anderen abgehen. Das heißt, ich sage, Entschuldigung, ich brauche die Polizei, bitte stellen Sie mich durch. Also, es ist keine Schande, wenn wir jetzt die falsche Nummer haben. Gut. Jetzt geht es schon ganz gut. Was will man denn als nächstes? Ja, ich würde sagen, was will man als nächstes? Ja, der Klassiker. Den haben wir zuerst schon geübt. Und zwar, ich sage einmal, da wird es auf den Griff, nicht? Also, da ist eigentlich ein männlicher Griff. Ja, das kommt meistens mit den Männern vor. Wissen tut es auch. Macht es jetzt alles gescheiter. Ich bin heute schon so geschlagen worden vom Kult. Also, ich greife die jetzt einmal an, oder? Genau. Dann ist es mir richtig fest. Dann. Stopp. Das haben wir schon. Ja. Das weiß ich schon. Ihr wisst ja schon. Aber jetzt liebe Zuseherinnen und Zuseher, was würden Sie jetzt in dieser Situation machen? Danke. Weiter? Gut. Das bekanntliche, aber jeder sagt, ja, ich haue ihn weg oder ich traue ihn raus. Das funktioniert oft nicht. Am gescheitsten ist er. Wir fixieren. Zürgen wir ihn zu. Dann ist er schon einmal mehr oder weniger nicht mehr recht bewegungsfreudig. Und dann kann man ihn entweder mit einem Handballenschlag wegdrucken oder eben auf die Nase, was sehr unangenehm ist. Oder wenn gar nichts geübt, dann gibt es noch den Ellbogenschlag. Dann dreht er den ganzen Oberkörper mit. Und so ist er dann spätestens komplett außer Gefecht gesetzt. Das hätte ich nicht tun sollen. Lösen wir einmal die Situation noch einmal auf. Für alle. Warte einmal. Wir haben die Kamera dort. Nimm bitte ihn noch einmal. So. Es ist rein technisch total easy, nur die Hand draufzulegen. Er geht jetzt mit dem Kopf schon zurück. Ja. Ist schon unangenehm. Ich habe schon irgendwas falsch gemacht. Ja. Genau. Und das sind so kleine Handgriffe. Wird ich das einmal probieren? Ja, selbstverständlich. Okay. Und ich komme schon nicht mehr aus und kann mich nicht mehr werden. Okay. Das ist noch kein. Wie gesagt, dieser Griff, den er jetzt gemacht hat, das ist eine sogenannte Kontrolltechnik. Das heißt, ich traue ihn spiel es um, er will mich kontrollieren. Nein, ich kontrolliere ihn. Ja. Und dann kann er natürlich alles machen. Ja. Und da allein durch die Aktion nehmen wir schon so viel Wind aus den Segeln. Der Schalter, der Schalter. Oh, oh. Ich glaube, jetzt bin ich doch an den Falschen geworden. Der weiß doch was, was ich nicht weiß. Defensiv-Modus. Offensiv-Defensiv. Ja. Wie er gesagt hat, man kann natürlich sanftre Techniken einsetzen. Ich habe das zuerst alles gemacht. Zum Beispiel, viele in unserem Alter jetzt kennen noch einen Bud Spencer. Das ist so eine Ikone. Was war der Schlag nicht? Der Bud Spencer-Schlag auf die Ohren. Das ist ein Film-Schlag. Das ist nicht richtig. Der Schlag auf die Ohren, ob es jetzt auf einer Seite ist oder auf zwei Seiten ist, gibt es in der Selbstverteidigung. Weil was haben wir da im Ohr? Wir haben das Gleichgewicht sogar und das reagiert meist recht empfindlich auf Druckveränderungen. Wie schaut das aus? Ich greife die wieder an und du machst? Genau. Zack, ich gehe ab und haue aufs Ohr. Ich brauche das nicht festmachen. Ich brauche das nicht mit Gewalt machen. Sondern einfach nur einen leichten Druck und er wird schon instabil momentan. Und ich kann mich lösen von ihm. Weil wenn er mich jetzt hat, ich habe ihn jetzt eh schon an der Kontrolle. Ich haue ihn da drauf, wird er wahrscheinlich auf und ich drücke ihn einfach weg. Und er kann nichts an. Immer die Deckung noch da mit der Hand. Egal was er macht. Wenn wir es jetzt umgekehrt machen, dass du es auch üben kannst. Weil du dann bist ja da. Mach es jetzt. Machen wir diesen Ding. Ich nehme dich. Wirk dich fest. Du schlagst drüber. Und ich habe die Hand schon frei. Alles klar. Und ich kann mit meinen Händen nichts mehr tun. Unmöglich. Also, ich bin ja groß geworden mit dem Bud Spencer und deren Ziel. Meine Kampf-Erfahrung habe ich von Bud Spencer. Das war die früheste Erfahrung. Du musst sagen, mein Lieblings-Schlag war sein Hammerschlag. Die Hammer-Faust, ja. Die hat gesagt. Oder der Thera in Seelen waren die Leute. Tanzen hat lassen, sozusagen. Nein, aber das ist ganz diese. Das ist eine Kontrolltechnik, gefolgt von einer Technik aufs Ohr. Wie gesagt, ich kann mich schnell lösen vom Gegner. Ich habe gesagt, es geht ins Extreme. Wenn ich mit dem schon das Beideln anfangen brauche. Wenn das wirklich schon so erkannt ist. Ich muss einen Schmerz mit einem Ampfball in den Schloss setzen. Dann wird mir überhaupt irgendwas passiert. Wie ist denn deine Erfahrung mit groß und klein? Das Klischee trifft zu. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt mehr vor die großen fürchte, sondern eher vor die kleinen. Also die kleiner sind wie ich. Weil die wirklich wendiger sind. Und der Kurt hat zum Beispiel zuerst demonstriert, er ist mit seiner Hammer-Faust genau auf der Höhe, wo ich empfindlich bin. Er geht mir noch nicht ins Gesicht. Und er hätte auch, wenn er den Handballenstoß auf meinen Kinn schlagen würde. Schau, wenn ich gleich groß bin, muss ich ihn richtig bewusst von unten schlagen. Er ist ein bisschen kleiner als ich. Wenn er den Handballenstoß braucht, er braucht noch nach oben fahren. Er braucht es nicht irgendwie einducken, damit er den Geschein ansitzt, sondern er kann die ganze Kraft nach oben weglegen. Also klein sein muss gar kein Nachteil sein? Nein, überhaupt nicht. Es ist groß sein kein Vorteil und klein sein kein Nachteil auf keinen Fall. Auch Muskelberge. Kraft ist eine schöne Geschichte. Wenn man es hat, ist super. Aber meistens ob siegt die Technik über die Kraft. Das ist so. Wenn man es hat die Technik natürlich. Aber Kraft ist halt nicht das Entscheidende. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Mit diesen Techniken, du hast es gesagt, du warst auf meinen Kurs. Ich brauche doch heute kein trainierter Athlet sein, dass ich diese Technik nochmal empfange. Das ist das Wichtige. Das ist total wichtig. Aber ich muss auch im Kopf klar haben, je größer die Bedrohung, desto entschiedener die Abwehr. So ist es. Und somit auch oft, ich nehme das Wort nicht gerne, aber oft brutaler die Abwehr sein muss. Okay. Weil, wie gesagt, je massiver der Angriff ist, will ich mich mit irgendeinem Ding nicht mehr rauswenden. Da muss ich einfach dann auch, wenn es mir auch nicht liegt, einfach einmal zurücklaufen. Das hat was mit Zivilgarage und mit Trauen zu tun. Natürlich, ja. Und ich muss mich trauen. Wie gesagt, das Beste, die Angst, ja, ist ein super Gefühl. Angst ist eigentlich, sagt jeder, ich will nicht die Angst. Weil das ist auch ein gutes Gefühl. Dabei ist die Angst eigentlich in einer Angstsituation das Beste, was einem passieren kann. Weil, was passiert bei der Angst? Mein Hormon aus hat Schirst in die Hecken. Mein Blutdruck wird höher. Es wird mehr Kohlenhydrate in meine Muskeln eingeschossen. Meine Augen fokussieren sich. Mein Gehör wird sensibler. Alles wird einfach besser. Ich kann schneller laufen. Das kommt ja noch aus der Uhrzeit, nicht? Kennen wir eigentlich ein Fluchtkampf. Eigentlich die ideale Voraussetzung für einen Kampf. Natürlich auch für eine Flucht, weil ich schneller rennen kann. Nur diese Angst muss ich eben in den Griff kriegen. Und für mich nutzen. Das heißt, in der Situation bin ich eigentlich am stärksten. Da, wo ich Angst habe, bin ich am stärksten. Körperlich am stärksten. Auch von der Kampfverfassung her. Aber man darf natürlich nicht die Angst sein Leben regieren lassen. Also wie gesagt, Angst darf ich haben, wenn es eine Situation ist. Aber sonst soll ich mein ganz normal Leben mit offenen Augen machen. Gut. Nächste Übung. Der Schwitzkasten. Ja, das wäre mir eigentlich schon fast eingefallen. Ja. Der Schwitzkasten ist halt der Klassiker. Ich mach es jetzt mal mit dem Daumen. Weil es wird relativ unangenehm. Jetzt für den Daumers heute drehen wir den Spieß einmal um. Also. Der Thomas würde mich jetzt in den Schwitzkasten nehmen. Den klassischen. Also nicht in den schwaren Jock, sondern in den normalen Schwitzkasten. Wie ich halt vor der Schule schon gewohnt bin. So. Der klassische. Ja. Genau. So. Was mach ich da in der Situation? Das ist relativ unangenehm. Aber. Der Vorteil ist, meine beiden Hände sind frei. Sonst habe ich was eingeschränkt. Das ist mein Genick. Aber mein Kopf. Das heißt. Ich muss einmal den Drachen das zu lösen. Das kann ich aber meist so nicht. Das ist ein kräftiger Burstertamm. Also ich muss einmal eine Ausweichhandlung setzen. Und wer das kennt. Der klassische Rosspiss. Das heißt. Die zwicken da rein. So richtig fest rein. Das tut relativ weh. Und das muss auch ganz kurz. Weil wenn ich das mache. Dann ziehe ich mich runter. Und ziehe mich raus. Das heißt. Das war jetzt ganz schnell. Jetzt machen wir es langsam. Das heißt. Ich setze eine Ausweichhandlung. Kann natürlich auch diesen hier machen. Aber der ist viel komfortabler. Ich setze diese Handlung. Komm mit der Hand nach vorne. Auf sein Handgelenk. Seht ihr das? Mit der zweiten dazu. Und ziehe mich nach hinten. Ich lasse aber diese Hand nie aus. Die führe ich nach hinten. Und erst wenn ich dann weg bin. Dann kann ich ihn auslassen. Okay. Also. Die Übung geht immer nach hinten. Sie geht nicht nach auf die Seiten. Sie geht nach hinten. Und ich kontrolliere wieder. Allerdings. Ist er ein Vorteil. Weil er einen Hebel hat bei mir. Und mein sehr sensiblen Halsbereich. Den muss ich ersprechen. Und wenn er das wirklich so hat. Dann kann er anziehen was ich will. Das heißt. Ich muss ihm einmal. Einen Schmerzreiz setzen. Dass er einmal. Kurz abgelenkt ist. Komm mit der Hand nach vorne. Mach den Haken. Sag ich immer. Okay. Ziehe ihn nach hinten weg. Mit beiden Händen. Ich brauche ihn nach unten reißen. Sondern ich gehe einfach nach hinten. Somit geht er in den Hebel. Kennt ihr das von früher noch? Ja. Dass man hinten. Aber wenn ich kurz unterbrechen darf. Wir können jetzt einmal zu wie fort sein. Du erklärst dann genau die Schritte. Was er zum Tor hat. In dem Schwitzkasten. Okay. Gut. Also wir machen einmal. Der große böse Bube. Der hat auf dem Schwitzkasten. Das kennen wir ja eh. Früher. Genau. Mit dieser Hand wirst du jetzt den Schmerzreiz setzen. Und da kommst du schon bei. Entschuldigung. Da darfst du da rück. Da rück. Die zwickten. Die geht schon aufs Handgelenk. Und die hilft dir dann. Okay. Das geht eigentlich mit in einen. Genau. Genau. Weil so wie du zusammen zwickst. Ich muss jetzt ein bisschen weiter in die Mitte gehen. Das war ja Sinn. Dankeschön. Okay. So wie du zusammen zwickst. Dann lass ich einmal locker. Weil mir tut dir das weh. Fürchterlich weh. Die normale Reaktion ist das. Ich greife da hin, was mir weh tut. Und damit ist aber das gelöst. Gut. Das tun wir noch einmal. Das heißt. Schmerzreiz setzen. Die Hand benutzen. Nach hinten weg. Okay. Gut. Ist so keine Schreie. Ja. Da ist man schrecklich empfindlich. Genau. Also man kennt es aus der ersten Hilfe. Da gibt es ja diesen Hauptschlagerabdruck. Da rein drücken. Das durch den Tisch. Das kann jeder bei sich selber einmal probieren. Der Manage ist ein ganz sensibler Bereich. Das tut schon so. Okay. Genau. Also quasi setze ich einen Schmerzimpuls. Genau. Und damit habe ich dann wieder eine Handlung mehr frei. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass wenn diese Geschichte natürlich, wir haben es im Moment da mit Missbrauch zu tun und solche Sachen ernst wird, dann gibt es nur einen Griff und der heißt in die Hoden. Genau. Zaun quetschen und laufen. So ist es. Das ist eigentlich auch eine für die Grundregeln in der Selbstverteidigung. Ja. Wo ich zuerst gesagt habe, ich habe abgewehrt. Ich bin frei. Weg. Wir brauchen uns nichts beweisen. Wir haben den Kampf, haben wir gewonnen. Ja. Ich nehme, dass wir aus dieser Situation außer Koma sind. Weil das bringt mir nichts. Ich war ja dann den Gegner fest heute. Weil, wo ich mir dann die dritte Hand hatte, war es mir dann die Polizei anruft. Und ich konnte dann zum Schluss zehn Minuten halten und der überlegt sich, was er als nächstes tut. Genau. Hat keinen Sinn. Also wir freuen uns so schnell wie möglich weg. Genau. Genau. So ist es. Das ist eigentlich die Grundgesetz. Spannend. Es ist eine spannende Geschichte und es gäbe noch viel zu sagen, aber. Sagen wir. Wir haben noch. Nicht einmal eine Minute. Nein, nein. Wir haben noch 15 Minuten. Okay. Oder? Haben wir noch eine Minute. Also es ist jetzt kurz vor neun. Wir haben nur mehr eine Minute. Nein, wir haben noch eine Minute. Ja. Jetzt ist die Zeit davon gelaufen, meine Damen und Herren. Ja. Und ich habe mich so gefreut, was noch 15 Minuten dauert. Es tut mir leid. Wir schauen einmal, ob wir da vielleicht weitermachen. Wir haben noch eine Minute. Dann lassen Sie uns zusammenfassen. Kommt es ein bisschen fairer. Ich sage einmal wirklich Danke. Danke für Ihr Know-how. Ja. Gerne. Und vor allem auch, dass wir das jetzt so lebendig miteinander gestaltet haben. Und meine Damen und Herren, schauen Sie bitte noch einmal rein in die Sendung. Schauen Sie sich die Griffe an. Wir haben es so gemacht, dass sie nachvollziehbar sind. Machen Sie ein paar Übungen vor dem Spiegel in dem Stop-Sang. Und mit diesem Stop wünsche ich Ihnen heute eine gute Nacht und freue mich auf ein Wiedersehen in nächster Zeit. Danke und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020